In der Zeit, wo du brauchst, es zu starten. Ich muss ja das andere Minecraft noch auseinander nehmen, dass ich das bearbeiten kann. Und ich muss immer alles suchen, wo alles ist. Das war das hier. Die scheiß Generatoren. Wo sind die denn hingekommen? 321. In was habe ich das andere denn gesucht? Wo sind die Solargeneratoren? Weiß ich nicht. Oh geil, Kisten suchen. In 20 Minuten, denke ich, hab ich dir gemacht. Lass mich raten, im ME-System. Definitiv im ME-System. Kann sein, ja. Musst du nur oben mal ein Kabel heransetzen, dass das Strom kriegt. Quatsch, ich bin auch unten. Ich kann bei mir einfach eine Leadstone Energy Cell einfach abreißen. Was zieht viel zu viel Energie. Wird dauert voll. Stehst du einfach oben ein Kabel an und fertig. Quatsch. Drei, sechs, neun. Zehn Stück. Kommt mit der Energie nicht auf Sky, ey. Nur zehn machen die Sext, du Arsch. So. Ähm. Ach, hier sind drei Solargeneratoren drin. Okay, die nehme ich einfach mal raus, die drei Stück. Zack. Ne, das war falsch. Da. Kann man nämlich Strom produzieren. Da. 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 Hm. Kartoffeln. Mach ich das grad wieder in der Aufnahme, aber egal. Kannst du weitermachen? Hä? Weitermachen. Ähm. Geht schon passen. Muss ich mal noch nen Ordner stellen. Ähm. Zack. Nochmal Strom. Zack. Neuer Ordner. Kopieren. Kann geschlossen werden. Mit Leadstones. Okay. Einmal bitte umwandeln in AVI. HD Video 1080p. Zack. Löcke. Ach, hier nehmen die Fabrication. Jetzt schneidet er das. Das sind zehn Teile insgesamt. Okay. Glaub ich hätte auch zwei nehmen können einfach. Ach, what the fuck. Aber ich glaub die sind auch ein bisschen zu groß. Wow, die Fläche ist viel zu groß, die außerhalb ist. Ach du Scheiße. Welche? Welche? Ach, wenn man auch nicht will, dann draußen irgendwo die Solargeneratorien packen, aber das ist eine riesengroße Fläche. Mhm. Gerne aktualisiert. Ach du Scheiße. Hier falle ich zehn Milliarden Böcke nach unten. Schon wieder. Was? Schon wieder abgeschmiert. Okay. Okay. Hat er dann gezeigt, dass ich gejoint bin? Ja. Musst du bei deinen Crashypots nachgucken. Dann machen wir gleich einen kurzen Cut. Sonst porte mich mal gleich, wenn da steht, dass ich joint zu dir hin. Was zum Erwenden. Wie gestartet das, etc. Bla bla bla. Hm? Mach mal das. Wie sagt er, wenn ich ihm raufklicken kann? Ist doch behindert grad. Ich weiß nicht, was da ist. Vielleicht durftest du nicht auf die Kiste zugreifen, aber... War ja schon. Wäre lächerlich. Ja, oder dein Ding ganz eh ab. Hm. Das wäre dann super lächerlich. Ähm... So viel Leistung zieht aber gar nicht. Mh, daraus müsst ihr dann machen. TP Centus, ne? Ja. Eingeben, ja. Centus Flash. Normalerweise brauchst du nur Z3 und dann tappt und drücken. Dann gibt er komplett ein. Nein, das hält er nicht an, weil du nicht im Spiel bist. Hm. So. Kannst du drücken gleich? Ja, ich hab schon eingegeben. Also ich charne jetzt. Ja, stopp, 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 stopp. Was? Stopp, stopp. In deinem Spiel. Schon wieder weg. Na, musst du jetzt nochmal versuchen. Fenster ist minimiert, ja schön. Dass das Fenster minimiert ist. Hat das Fenster bei dir minimiert, oder was? Ne, das gehört bei der Auflage. Okay. Fenster ist minimiert. Ich weiß nicht, warum er... Ja. Kann auch sein, dass ich die Player-Data von mir einfach nur verschen muss. Na? Ja, kann auch sein. Ja. Dass das passt. WTF. Enster hat sich verschoben mit Winap. Okay. Mhm. Aber sollte es nicht sein. Habe ich da mit dem Scream aufgenommen? Ach, wenn du wieder... Keine Ahnung. Sag... Sag, wenn du soweit bist, ne? Sag, wenn du soweit bist, ne? Sag, wenn du soweit bist, ne? Äh, Centus Black Flash-Shooter, ja. Ja? Ja. Ich join jetzt. Bei mir. Ja? Du guckst immer noch in die Kiste rein. Der Typ guckt dir die Kisten rein. Okay. Soll ich mal die Kiste abbauen? Ja, mach mal. Ich kann die gar nicht... Alter, wie lange brauche ich die jetzt abbauen? Aber geportet hast du mich ja auch. Ja. Kannst du das mit der Range vielleicht schnell abbauen? Ne, hab schon abgebaut. Geht. Na, ist das so... Uch, nervig grad. Ehrlich. Also darfst du nicht mehr in diese Kisten eingucken. Die stech jetzt auf die andere Seite hin. Sollte ja nicht so schlimm sein. Oder soll ich mal abgebaut lassen? Du hast mal abgebaut. Ich darf nur nicht sterben. Wieso? Ich weiß nicht, wie lange ich das bei mir im Inventar darf. Mhm. Oranium. Ja, ein radioaktives. Ja. Einsteinium. Hm? Einsteinium heißt das. Okay. Voll der komische Name dafür. Ja, das ist komisch. Naja, das ist wirklich komisch gerade. Können wir das wohl dann lösen? Hm? Könnte man das lösen, wenn das jetzt nochmal passiert? Meine Player-Data löschen. Okay. Okay. Bist du wieder? Ich glaub. Hast du dich einmal gedreht? Ich glaub, der stößt wieder ab. Ja. Abgestürzt. Ja, dann würd ich sagen, machen wir erstmal die Aufnahme zu Ende, ne? Ja, ich mach nen kurzen Cut. Kurzen Cut? Oder beenden? Nee, ich mach Cut. Ja, wir beenden jetzt erstmal so. Ja, brauchst du ja noch ein bisschen. Hast du das schon beendet oder was? Nee, hab noch nicht beendet. Okay. Okay, dann sagen wir, wenn wir das gefixt haben. Bis später. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.